Hallo Freunde, also heute ist es wieder soweit, das nächste Festival steht an, das heißt die, wie heißt es? Mayday zum Tanz in den Mai, ab nach Dortmund. Ja, ein neues Festival Shirt, ist ihr dort, sie ist ja auch nicht alleine, sie ist wie immer unterwegs. Wir haben ein wirklich cooles Outfit am Start, ja, und keine Ahnung, ihr wisst ja so, wie die Videos weiterlaufen werden, Party, denke ich schon, wird richtig fett werden und dann sagen wir euch nochmal Bescheid, wie es dann weitergeht. Und noch so mittels nach Fortbahnhof, jetzt geht es nach Dortmund, nicht nach unten, sondern nach Dortmund. Cool. Ciao. Hast du ausgemacht auch? Ja. Ne, hast du gar nicht. Dortmund. Hallo Kleiner. Na? Mir geht's gut, dir? Ja, mir geht's auch gut. Also, Zwischenbericht, wir sind angekommen in Dortmund. Hier hinten, irgendwo ist die Halle. Ja, na, Arena sind wir eigentlich und... Schaumbad am Start. Ja, natürlich. Also hier hinten, hinter dem Loom haben wir gerade unsere Tasche versteckt, weil es am Schließfach... Wie sieht man sich denn? Oh, weil... Ach so. Weil... Wie sehe ich denn aus? Weil am Düssel... äh, Düsseldorf sage ich schon. Weil es am Dortmunder Hauptbahnhof keine Schließfäsche mehr gab. Und wir sind ja, äh, vorbereitet für noch an den See gehen und so. Genau. Deswegen mussten wir jetzt leider unsere Tasche, äh, irgendwo ins Gebüsch legen und mit Blättern verdecken. Damit die bloß keiner klaut in der Zeit, in der wir nicht da sind. Ja, aber haben wir gut gemacht, finde ich. Ja, eigentlich schon. Aber ich habe noch ein bisschen Herzkoffen, deswegen so. Aber relativ... Ja, eigentlich ist da nicht Wichtiges drin, so. Ja, nichts Wichtiges, aber wäre schon doof, wenn wir das verlieren, so. Ja, auf jeden Fall. Meine Tasche ist eh kaputt. Ja, die Tasche ist kaputt. Da sind nur Handtücher drin, die wir auch verlieren können, so. Ähm... Ja, aber es halt unsere ganzen... Essen und trinken. Ja, das ist eigentlich das Problem, dass wir die Sachen nicht reinnehmen können, so. Weil wenn wir morgen hier rauskommen, ist es Sonntag, essen und trinken ist teuer amycine. Deswegen. Ich habe schon von Flo bekommen. Cool. Toilette 1 Euro. Ah, und 5 Cent kriegst du wieder hier. Weiß ich auch nicht, bekommst du oder so. Geil. Ja, aber sonst... Jetzt ein bisschen chillen. Mayday-Feeling. Ist am Start. Tecnuente ist auch am Start. Tecnuente ist immer am Start. Ist mal in Dortmund. Hoffen wir sie mal quietschen. Auf dem Weg zum Mayday, würde ich sagen. Ja. Also eigentlich kann nicht viel passieren, so. Ne. Wir machen das schon kleiner. Wir machen das immer kleiner. Hallo. Ja, dann lassen wir jetzt den Sekt trinken. Und gleich mal titschen. Ja, mein Schnurli. Cool. Ich hoffe Party wird richtig fett, sonst gibt es Ärger. Hallo. Angekommen. Ja. Time Warp. Ach, was für ein Time Warp, Baby. Haha, Mayday. Kleiner da. Boah, sieht das heftig aus. Hallo. 's. G報來. Wenn ihr esł is, Montag. Ah. Noch ne? Licht ist geil! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020